Die Metallbandsäge HBS 250A ist eine unserer Mittelklasse-Bandsägen. Für die Vorschubbewegung verfügt die Maschine über eine hydraulische Senkfunktion des Sägerahmens. Sie zeichnet sich insbesondere durch den sehr robusten und verwindungssteifen Gussrahmen aus, welcher ein sehr schwingungsarmes und präzises Arbeiten ermöglicht. Angetrieben wird die Maschine über einen 3-Phase-Wechselstrommotor in Kombination mit einem Stienradgetriebe. Die Maschinenparameter wie Vorschub und Bandgeschwindigkeit können stufenlos über das Bedienpanel an der Maschinenfront eingestellt werden. Durch das Handrad an der Maschinenfront können Sie die Sägebandspannung einstellen, von der integrierten Skala ablesen. Zusätzlich wird die Sägebandspannung und der Schnittdruck dauerhaft elektrisch überwacht, um eine optimale Prozesssicherheit zu gewährleisten. Für Gehrungsschnitte kann die Maschine einfach und schnell von minus 45 Grad bis zu plus 60 Grad eingestellt und eingesetzt werden. Werkstücke können schnell, einfach und sicher mit dem Schnellspannschraubstock eingespannt werden. Die serienmäßig verbaute Kühlmittelanlage sorgt für eine optimale Sägebandstandzeit. Optional kann diese durch ein Minimalmengensprühsystem erweitert werden. Sollten Sie sich für die HBS 250A entscheiden, gewähren wir Ihnen volle 12 Monate Garantie. Alle weiteren Informationen, Zubehöroptionen und technischen Daten zur HBS 250A finden Sie auf unserer Webseite. Falls Sie denn noch Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.